Es gibt Wörter, die spricht der Talker falsch aus. In meinem Fall ist es André. Um das zu verbessern, gehe ich in das Menü und Aussprache bearbeiten. Ich gehe auf Plus und schreibe bei Wort das Wort richtig geschrieben hinein. Nun schreibe ich bei Aussprache, wie der Talker das Wort aussprechen soll. Ich höre es mir an und wenn es so richtig ist, gehe ich auf Sichern und Fertig. Nun spricht der Talker das Wort richtig aus.